schweinepriester alter schnell hier weg und der chris wieder in zeitlupe weil er es kann ich weiß auf jeden fall wer die gesamtschallenge gewinnt hier in dem unteren bereich das mit nix sein in welchem unteren bereich in dem bis wir oben in den bunten kommen hast du hier unten die meisten punkte geholt ja okay das kann sein wobei wenn es so weiter geht hole ich auch keine mehr also ich weiß nur eins wenn wir diese mehr durch haben fangen wir mit etwas leichterem an wäre vielleicht klug gewesen erst was leichteres zu nehmen dank dieser karte das problem ist die sind nicht in schwer oder so kategorisiert sondern halt in ja wenn das schon rage tower heißt ja aber das ist ja mehr als verraten ja aber die karte funktioniert sie ist schaffbar sonst wäre sie ja nicht online gewesen funktioniert aber doch nicht für uns anfänger ach ich kotze ins essen ey bis es scheiße schmeckt ja das ist richtig scheiße so gott alter dann war ich einmal da drüben und dann fall ich runter glaubst du ja ja ich glaub dir das ich hab's ja gesehen halt doch die klappe dich hat doch gar keiner gefragt doch du hast gefragt ob ich das glaube leck mich doch an der stinkigen käse füße die seit sechs wochen nicht gewaschen wurden dann machst du das öfter ja ja ich hab halt so wenig zeit weißt du hallo gert okay denkt nicht mal dran mich zu hauen gerade aber ich orientieren wo ich hier bin ja super super wenn man dieser moment wenn man vergisst schiff zu drücken ja chris wir haben verständnis für deine situation mach es nicht noch schlimmer ich reiß gleich den ganzen tower hier ab weißt du der gerd der gerd geht gleich in der gerd geht gleich in game mode 1 baut sich einfach eine rolltreppe nach oben und sagt guck mal ich hab's geschafft oder baut sich einen tnt turm ja dann hat er den turm auf jeden fall abgerissen ja gut dass man die karte neu reinladen kann ja freut sich der gerd ja genau weißt du gerd joint dann das nächste wenn wir dann die nächste session machen gerd joint was ist das gerade wieder da gerade wieder da da oben ist der bunte teil ja da oben ist der bunte teil es ist das ist ja das fiese es ist nicht mehr weit ja ob der bunte der letzte ist es ja andere frage ja der letzte wird es wahrscheinlich nicht sein aber weil er so bunt ist das suggeriert ja vielleicht ein bisschen spaß ja ja klar wahrscheinlich nach garf 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 wieder lasagne gab es gestern bei mir lecker Boah, lecker. Selbstgemacht oder gekaufte? Gekaufte. Selbstgemacht. Selbstgekauft. Nein, selbstgemacht. Im Ofen? Ja, im Ofen. Nach dem Kauf? Nein. Schnauze! Äh, oh Gott. Nein! Ihr dürft dann wieder reden. Alter. Das ist ja schlimmer als Call of Duty. Selbst das kannst du nicht. Sagt er. Hanna! Ich komme hier durch die Wand durch. Gerd versucht schon auf Abkürzungen zu finden. Och nein! So, ich würde sagen, wir machen noch zwei Minütchen. Was? Wo ist der? Wo ist der Gerd? Hier draußen sieht es schön aus. Nein! Bist du nach draußen gekommen? Ja, klar bin ich da draußen gekommen. Wie hast du denn das gemacht? Doch in die Wand. Lass die Cheater rein. Ey, Alter! Wir sind hier nicht beim Abriss-Unternehmen. Ja, echt mal. Dann komm doch zu mir runter. Dann kannst du es dir angucken. Sieht schön draußen aus. Boing! Das ist ja toll, dass du hier sowas machst, ne? Das ist ja völlig okay. Aber, dann tu mir doch bitte in Zukunft einen Gefallen. Ja? Ja. Warte. Was macht ihr da denn für ein Quatsch jetzt? Ich komme jetzt wieder hoch. Ich muss nur gerade das hier von Gerd irgendwie... Warte. Wo habe ich die denn? Ich hätte gerne... Warte. 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 Nein. Geh mal bitte weg. Boah! Also Gerd, wenn du das nächste Mal Wände kaputt machst, ja? Dann setz mindestens eine Tür ein. Ah, ich gehe zum nächsten Level. Ich habe es geschafft. Echt jetzt? Ich bin jetzt in dem bunten Raum oben. Tja, dann können wir hoch zu dir. Put particles on for this part. Ja, hab ich. Ja. Ja. Alles klar. Einmal zu mir. Boah! Schwitzige Hände, ey. Schön. Endlich. Muss mir wieder einen Strich machen. Ja, ja. Mach dir ruhig einen Strich. Ja, ja. Mach ich jetzt auch. So, und nu? Chris, du brauchst jetzt nicht Pisses an, weil das Internet nicht funktioniert, dann geht's hier nicht richtig. Geht dir noch. Particles on for this part. Was? Ach, man darf nicht auf die Partikel kommen. Ja. Ja. Du darfst die Partikel nicht berühren. Ja, und wo ist das Ende? Ja, den Weg musst du dir merken. Ja. Ja. Ey, kommt irgendein Sound. Ey, ich hab was eingesammelt. Ja, ja. Das hab ich jetzt auch gemacht schon. Ich glaub, wir müssen... Ah. Die da... Die beiden da hinten müssen wir doch kriegen. Ne, drüber springen kann man nicht. Alter, ist das scheiße. Bubble, bubble, fass! Ne, da kommst du nicht rüber. Ja, hier ist doch dicht. Ne, ne, ne. Du kommst hier irgendwo lang. Ja, aber wo? Hier ist alles zu. Ah, ne, hier hinten geht's lang. Ja, genau. Ne, hier nicht. Lol! Hat der mich genutzt. Hä? Nein! Aber siehst du, das ist mal was anderes. Das ist jetzt... Steht hier drin und was jetzt? Hast du das Ding eingesammelt? Bin ich im falschen Game Mode? Bin in 0. Ja, du bist in 0. Du musst zurück in 2. Ah. Und dann einsammeln. Danke. Jetzt müssen wir nur das letzte kriegen. Guck mal, weißt du? Ja. Springen kann der Gerd nicht, ne? Aber Labyrinth laufen, das krieg ich da hin. Haben wir... Wow. So, wie jetzt? Ah, da hinten ist ne Leiter hinter dir, Majo. Yay! Ich bin der erster der Leiter. Wow! Oh, scheiße. Das gelockt. Kein Punkt. Ihr wollt hier nicht hoch! Hahaha! Ihr wollt hier nicht hoch! Hahaha! Alter, nein! Oh. So schlimm. Äh? Ach. Oh. Ah. Das sieht schon aus in der Art Fuck, ey. Jetzt leckt der Server ein bisschen, ne? Kann das sein? Ja, du hast wieder Probleme. Da komm ich gar nicht drauf. Shit. Ja, da musst du Shift mit drücken. Das ist Steuerung, meinst du? Ja. Ja, es hilft aber, wenn du drauf bist, dann Shift zu drücken. Ja. Wenn du drauf gelandet bist, Shift. Ja, shit. Wenn man was sehen würde, ob man drauf ist. Ja. Hier ist drauf. Nicht drauf. Kannst du bitte noch ein bisschen lauter husten. Soll ich? Shit. Mach mal ein Stück zu kurz, Mayo. Ja! Mayo hat sich was abgeguckt. Aber das hilft tatsächlich. Wie? Ach Gott. Na! Pass auf, Gerd. Ja, du warst drauf. Hm? Ich warst da auch. Na! Falsche Tasse. Jetzt hab ich S gedrückt. Ach, leck mich da. Warum brennts hier eigentlich? Ach, shit. kommst du so nicht hoch die sind etwas höher als ein rennt ja da oben ist irgendwie feuer was das bringen soll weiß ich nicht aber damit schön aussieht wahrscheinlich ich drauf nein das sah aber gut aus übrigens mit der nase direkt auf dem ding drauf in der nach rutsch immer drüber der karte guckt sich das an nein warum jetzt ist er nicht gesprungen wieder so ich setze mir auch mal ein spawn point hier unten du kannst mir mal im arsch kippen na was sollte das denn jetzt mal na na ach ja aber leider offline probier es noch zwei mal und dann wird leider offline letzter versuch gestorben ich würde sagen wir machen hier für diese session wird sagen wir machen hier für diese session gemeinsam feierabend und machen dann beim nächsten mal einfach hier weiter spawn points sind ja gesetzt was haltet ihr davon meint ja das von dir kommt bei mir klar okay gut dann würde ich sagen wir sehen uns ja in der nächsten folge dann an dem punkt wieder bis dahin tschüss gert hat lange durch Vielen Dank.